Jede Zelle deines Körpers ist tot! Oh! 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 Jede Zelle deines Körpers ist tot! An jeder Stelle! Jede Zelle hat ganz voll Wunsch drauf! Das Monster kratzt ja die Augen aus! So, ich mach wieder hier die guten! Ach, hier ist dann wieder so, so, so dummen Hurengedenks. Wieso mag ich die Wand? Hier sind wieder so komische Abkürzungen, die ich nicht schaffe. Ich weiß nicht schon. So, ich dachte, du meinst, wenn sie... Ah, ich hab die Bananen nicht gezündet! Ernsthaft? Gezündet? Ich hab dir gesagt, ob... Wie heißen, wie heißen so Brände Bananen? Banana da Flambeur! What? Wie heißen die Dinger? Flampierte Bananen? Nein, Blitz! Wow! Ja, aber auf Dummsprache! Flampierte Bananen, gell? Flampierte Bucket! Ja! Du musst ihn schon treffen! Oh! Oh! Ich mach das auch, Chi! Oh! Warum? Ich schaff dich sonst nicht! Schon mehr, bitte nicht! Oh, wow! Ich bin stolz auf dich! Ja, der fliegt anders, als man es erwarten würde! Er hat auf Chi geschossen! Voll nice! Wie eine Bananeaffe! Aber schon wer... Ja, ich sag schon! Schon terminus! Terminus! Terminus ist viel zu langsam! Ich bin in der Luft aufgefahren! Ja, aber halt dieses Pesse! Ich bin speeder! Ihr seht mich schon noch, oder? Ich hab Angst, ich bin so lange... Schon wieder! Kein Problem! Das ist nicht normal! Oh Gott! Oh, der Blitzattake! Easy geteilt! Da 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 da! Da 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 da! Da 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 da! Ich werd Chi nicht abschießen! Ich glaub ich lass es einfach so wie es ist! Nein! Ich wusste was! Ich wusste, ich muss nicht schießen! Ich wusste es, ey! Ich wusste es! Auf Chi kann man vertrauen! Dummen Huren! Das war die Schwerkraft! Ich bin schwer! Wie viele kommen da? Dass ich das sonst nicht aufrichten kann? Ich weiß nicht! Oh shit! Wann bin ich schon der Letzte? Ich war so schön der Erste und plötzlich ist alles vorbei! Das heißt hoppla! Wir gehen weg! Geh du doch weg! Oh Gott! Ich muss die abgültigen hier kommen! Hoppla! Nope! Nope! Die halt schaffen würde die Scheiße! Nein! Alles easy! Und schon wärs natürlich vor dem Stein! Nein! Every night in my dream! Every night in my dream! I see you! I snipe you! I hear you! Nein! Nein! Baby Park! Nein! Hallo Cindy! Hey was ist Rocky? Nee! Echt jetzt! Chi! Nein! Guck nicht so mit einem roten Abzug aus Augen! Ich bin auch im Screen! Ich seh immer nach Donkey Kong wie er fährt! Ich hasse dich! Baby Park! Baby Park! Baby Park! Oh ja! Verbindung unterbrochen! Ich bin der Erste! Baby! Ich bin der Erste! Ja geil! Ich hatte 30ige Vorsprung! Baby Park ist jetzt voll okay! Baby Park! Baby Park! Baby Park! Baby Park! Ich bin eh scheiße! Ich mach's mehr Scheiße! So Bail it! Das war aber nicht Bail it! Ah, ich komm nicht mehr rein! Echt jetzt? Ich will nicht mehr! Hey! Ich mach's meinem dunkle! Wenn man rauskriegt, kann man nur noch über die Freundesliste rein! Weil das Spiel ist gut! Ja, nennen wir es so. Du bist schneller. Kein Problem, ich lasse dich vor. Hey, 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 jetzt habe ich kein IT bekommen, jetzt muss ich dich anhalten. Und ich bin jetzt. Egal, ich glaube, mit dem ersten kann dir keiner mehr nehmen. Schau, wenn er dich überholt, okay. Ist nicht so schlimm, ich hole mir einfach zwei Raketen. Wohl hier Windschatten von mir, komm, wir machen einen Tick. Ich komme nicht an dich ran. Ich booste und so. Pass auf, ich gehe vor dich. Oh, warte. Sie kann dann nicht wegleben, oder? Ach, ich geh weg. Wohl hier Windschatten. Ich treffe nicht selber. Fuck. Warum hat mich das Ding trotzdem getroffen? Hast du einen Pilz mit der Abkürzung? Du bist so ein Mongo, das habe ich genau gesehen. Pei, 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 pei. Das ist die Feuerkampf um die Himmel geflogen. Ich kann noch mehr Angriffe. Mehr Angriffe? Wem für mich auch? Aquaman? Warte, Aquaman kann keine Angriffe. Nein, der hat nur so einen Glatzen-Spot am Hinterkopf. Er hat einen Dreigabel. Ich bin ausgespielt. Ich bin ausgespielt. Ah, da kriegt er. Boah, der war eigentlich nicht an dich gedacht. Ja gut, ich glaube ich mir halt. Ich bin ausgespielt. Ja. Oh oh. So jetzt aber. Hey, pei, 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 pei. Te will ich jetzt gerne machen. Ich glatsche. Hey, warum sollen die jetzt alle wieder da, geht weg. Oh, ne. Ich bin durchgekommen, Feuer kann mir nichts, weil ich bin WHITE POWER! Warum kommt eh kein blauer, würde es nie, es kann ruhig ein blauer kommen, wie trifft man Ich bin jetzt Japaner, ich hab nämlich gewonnen. Hey, das hab ich gehört, hast du selber mitbekommen, was du gesagt hast. Was ist das, 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 was ich gesagt habe, weil das war nicht nur ein paar Worte, das waren drei. Die letzten zwei Worte waren die wichtigen. Ja, ihr wisst schon, dass es einfach nur ein ganz normales Wort ist und nicht das, was ihr denkt. Ihr seid wohl kein VIP-Level 15. Du wärst ziemlich eindeutig gesenkt. Hast du irgendwelche speziellen Videos, von denen wir nichts wissen, außer schon wer unterbewusst? Ich sagte Edgy im Auftrag. Du hast gesagt. Ich bin nicht mehr in den Auftrag. Du hast gesagt. Ich hab's auf Aufnahme. Ich auch. Du hast schon mindestens 2000 Mal immer irgendwie was Falsches gesagt. Du hast gesagt, haha, und Aufnahme war es so klar, dass ich das andere gesagt habe. Ja, bisher hatte ich immer recht. Nee, halt nicht. Das ist halt das Problem. Edgy im Auftrag. Heinig. Auch? Nein. Das wäre aber nicht believe auch voll nice. Du wolltest ich mich mit dem Roten nach hinten abschießen, du dumme Sohn. Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Momo- Ach nein, ich bin immer geknettet. Pass auf, pass auf. Geh weg! Geh weg! Lass mich in Ruhe! Geh weg! Ich bin echt lange vorbei, dass nicht der Rote auf dich geht. Nein, das meinte ich nicht. Bei den Geschreien habe ich mich gerade gefragt, ob er einen Schienen-Timer macht. Nein, nicht so! Alter, sind die dumme Hure. Du Gollum-Hure. Hure! Du Gollum-Hure. Das Video ist Age-Restricted. Warum? Was? Wegen Hure Chi-Hentai und du hast Hörhaar ein bisschen furry. Weil du hast Rausche gehört. Nein. Du widersprichst mir nicht! Doch. Hast du noch was zum Chitzen? Ja. Ich habe eine Banane! Du kannst nicht so gut treffen wie ich. Bananaphone! Ich habe eine Münze. Cool, cool. Und wieder. Und wieder. Und wieder Windschatten. Okay. Arsch. Ich wurde beklaut. Sag das nicht! Ich wurde von Cindy beklaut. Das war eine dumme Idee, oder? Alter! Ernsthaft! Schau mal! Lass uns freuen! Ich finde das Spiel scheiße. Hast du halt mir vorbeigeschossen? Ich hasse das Spiel irgendwie. Gibt es irgendjemanden, der das Spiel mag? Wo kommt der Rote jetzt her? Wo kommt der Rote jetzt her? Ich mag das Spiel auch. Wieso sind wir zu dritt? Ähm, ja. Was? Wir sind zu dritt, wir sind zu viert. Da hat er einer reißen. Da hat er gerade drei, weil er wieder sein Dickens-Item hatte. Aua. Aber, äh, drei ist Temps-Vier. Ah, Frost-Sindy und alles ist gut. Äh. Frost-Sindy? Ist das Franzacken-Sindy? Ja. Mit Frost-Schenkeln. Äh. Äh. Deswegen springt er so gut. Ja, und deswegen verraschen die Franzosen so gerne. Moment. Habe ich ein Mi? Äh, ich habe ein Mi. Äh, wir spielen an die Mi. Äh, äh. Äh, äh. Ich habe auch Mi-Sindy. Der Rest sind nur die komischen Standort 0815 Mi's. Easy. Wie findet ihr meinen Mi? Schön. Bist du der hässliche Löwe mit den Pfeilen? Nein, ich bin der hässliche Blaubarsch. Der war so hässlich, dass alle Leute starben. Ende. Ende. Schau mal, Cindy ist ein Chinese. Mäse. Mit... Sechs Augen. Warum sieht das aus wie eine Katze mit Möps? Was? Achso. Ich dachte, ich habe... Was glaubst du jetzt? Achso, er meint schwer. Warum? Das stimmt allerdings. Ich habe... Pikachu. Ich hoffe... Genau so sieht es aus. Weißt du was? Ja? Haben wir einen Pikachu in der Direct gesehen? Weil ich hoffe, die wurden rewordet. Ihr müsst mich mit der Helm sehen. Was? AHH! Du hast die... Du hast die Brille wenigstens über deinen Augen. Das ist voll gut. Ich habe vor Lachen geprüft. Du bist doch auf. Ich habe... Was war das? Ich habe keine Ahnung. Tumnus hat schwer abgeschossen. Ich habe Tumnus abgeschossen. Das ist immer fies. Er hat sie auch verdient. Sie? Ja, es ist die Tumnus. Es ist spanisch für... Die Tumnus. Ja. Nein! Sogar rechne ich! Ja, mein! Wow! Sollst du mich nicht rechnen? Wie ein Zierkauf droht? Sandy! Hat jemand von euch ein geiles Item? Eine kleine dumme Hure! Feuere! Feuere! Hey, Pika! Pika, Pika! War es dir das wert? Ja. Wieso hast du was Böses? Ich habe ein Pild. Okay. Und ich habe die Wand geknuscht. Zweimal. Au! Je nachdem, wo dir der Pilz wächst, kann doch schon was Böses sein. Cindy, was habe ich dir gerade gestohlen mit meinem Körper? Das habe ich mir auch gerade gedacht. Ich dachte eher Unschuld, aber es ist auch okay. Ich könnte nicht spüren. Oh mein Gott. Aber wer hat sich da gerade aufgeregt? Ich nicht. Ich bin sehr schnell. Ich habe einen Pilz gegessen. Ich habe einen Pilz gegessen. Und der trägt seinen Namen. Und der trägt seinen Namen. So wunderschön und wertvoll. Aber es ist der Pilz kann zu seinen Namen. Durch keinen Schweizer Franken zu bezahlen. Ich verliebte die Banane. Ich verliebte die Banane. Ich verliebte die Banane. Ich habe eine Banane so im Scheiß. Hau du einfach gegen Bomben zwei. Ich habe zwei Bomben gegessen. Nein, 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 nein Punkt bekommen. Ach, er hat bloß zu 4 und sind, aber ich bin zweiter. Pika, Pika. Wollen wir jetzt aufhören? Ich habe keine Lust mehr. Rottmann, du bist innerhalb von einem Tag zu einem 30 Jahre alten Kettenraucher geworden. Voll geil, das sind 8 Jahre plus 20 Rauchen. Ja. Naja, bye bye. Drücke die B-Taste. Okay. Discord in der Beschreibung. Und das nachts. Ich fliege. Okay. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017